hallo da bin ich wieder und zwar heute mit der lösung einer problem der denke ich jeder von uns kennt oder hat und zwar geht es darum wenn wir irgendwelche oder wenn wir ja programme installieren die wir brauchen dass da meistens jede menge andere programme applikationen mit installiert werden wenn man nicht aufpasst und im häckchen überall rausnimmt meistens ist das ja irgendwelche adware oder spy programme auch ja ich denke dass doch jeder kennt das irgendwelche toolbars werden installiert die unsere startseite ändern oder unsere standard suchmaschine wird geändert und der rechner wird dann auch mit der zeit immer langsamer und schwerfälliger ja das muss nicht sein ich zeige euch jetzt eine lösung dafür beziehungsweise wie wir das vorbeugen können dafür gibt es ein kleiner programm ich gehe mal jetzt hier auf google meinetwegen und wenn wir nach unchecking suchen so heißt das programm hier anchecking keep your checkboxes clear genau anchecking.com das ist jetzt hier die offizielle seite das ist ein klitzekleines programm hier seht ihr schon häckchen von ungewollten angebote zu entfernen wenn das software plan so ich schreibe mir das jetzt einfach herunter schon durch installiere das jetzt einfach fertig stellen und schon jetzt kommt hier host datei ok ich schließe mal den browser und hier habe ich ein programm runtergeladen zum beispiel ok ich mache ganz kurz das manager auch vielleicht einfach mal ich beende jetzt hier das dienst vielleicht so damit wir einfach ein ein bisschen mehr gehen wir gehen hier vielleicht und was da man prozess struktur werden macht das gar nicht ok ich würde jetzt einfach vorher testen ohne das programm wie kann man das jetzt das programm jetzt das läuft einfach mal rein stellen kannst ich kann man das irgendwie automatisch abschalten benutze keine host keine host ok ok ne ok ja egal ich mache das jetzt einfach mal wenn wir jetzt das programm hier starten also die installation und einfach auf weiter akzeptieren und weiter weiter wie wir es gewohnt sind akzeptieren das ist jetzt hier noch in ordnung alles ok genau ja damit er sich schon und zwar hier an der stelle sehen wir da wird uns hier ein program ein sonderangebot hier angeboten dass jetzt an der stelle wenn wir jetzt dieses dienst hier nicht laufen hätten wäre der haken hier gesetzt ihr seht schon wenn ich jetzt versuche den haken hier zu setzen dann bekomme ich eine warnung eine warnmeldung du bist im begriff potenziell ungewollte software zu installieren willst du wirklich fortfahren wenn ich jetzt auf ja klicken aber der haken gesetzt wenn ich jetzt aber auf nein klicke dann bleibt der haken raus ich gehe mal jetzt auf weiter hier ist es ist okay das ist jetzt wieder wahrscheinlich ich mag mal genau wenn ich jetzt auf hier was die meisten wahrscheinlich klicken würden einverstanden installieren da würde jetzt hier wieder irgendwie fire search protect bla und welche software installieren die wir nicht brauchen ich mache mal nein und dann wird das nicht mit installiert installiert ich kippe akzeptiere das nicht und fertig genau und schon haben wir hier unserem in dem fall hier dieses torrent dieses klein dieses hier installiert und ja ohne irgendwelche zusätzliche software spyware art wir zu installieren vielleicht nochmal an der stelle wenn wir aber das problem schon haben was die meisten von uns wahrscheinlich haben dafür um das zu beseitigen diese ganze art wir da gibt es auch ein program der nennt sich art wir können hier direkt auf die offizielle seite und genau und damit können wir uns ja wir können jetzt das programm einfach kostenlos herunterladen hier dann können wir hier auch sortieren nach dienste ordner dateien knüpfungen und task registry und so weiter und das programm hier das ja findet das also die artware oder spyware und beseitigt das auch internet explorer firefox hier kann man chrome alles was da genau das dauert aber eine weile je nach hier hat er schon was danach können wir das hier einfach entfernen und nach dem neustart ist der rechner ja wieder sauber vielleicht nochmal ein hinweis ganz wichtig an der stelle ja immer ein backup vorher machen vielleicht nicht dass da irgendwas gelöst wird was wir doch irgendwie brauchen oder ja dass der rechner vielleicht noch gar nicht mehr läuft nachher es gibt es keine perfekte software ja das war es eigentlich schon ja ich hoffe dass ich euch damit irgendwie helfen konnte und jetzt habe ich ja bis nächstes mal